Hallo Leute, meine Herzlich Willkommen zu einem neuen Video mit mir, DeLeoCraft. Und in diesem Video geht's darum, dass Projekt Redstonecraft 2 ist endlich gestartet. Naja, schaut euch einfach mal das an. Ja. Und dann können wir das irgendwie dann machen und starten dann daily wie es da einfach. Okay. Ähm. Ja. Hi, wie geht's jetzt los? In 1 Minute 30 Sekunden. Okay. Und natürlich ging es auch danach los. Und es war einfach, ich war einfach mega gehypt. Es war einfach, es ist cool. Und by the way, hier seht ihr den Preview zur Base. Also, es war einfach ein geiler Start. 2, 3, 2, 1. Redstonecraft 2. Wir haben noch gleich einen Eikastisch drauf. Ah. Ja, nein, ja. Ab dafür. Nein. Mach mal aber bitte Eikastisch 2 Eikoppa auf. Oh mein Gott. Jungs. Ach. Nachdem ich dann auch meinen ersten Kampf gegen meinen Teammate verloren hatte. Auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Hör auf. Am Ende war es dann aber soweit. Ich ging essen. Der Stream hat gewartet und hat eine kleine Timelapse von Meteoriten gesehen, wie der gelootet wird und wie viele Menschen da rumlaufen. Aber nachdem ich vom Essen zurückkam, war da einfach eine komplette Base. Ihr könntet mir das nicht glauben. Eine komplette Base einfach. Und, wie ist es? Diestellung ist bei dem... Soll ich erst mal eine kleine Eisenfarm bauen? Zieh hier zu mir jetzt. Ach du heilige Scheiße seid ihr. Okay, mal gucken, warte mal, Jet, geht fullbright, geht das? Oh, das geht, okay. Jet, fullbright, wir müssen uns das merken, auf jeden Fall. Ähm, wir müssen noch Osmium holen. Leider sind wir schon am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat die erste Folge von Redstonecraft gefallen. Bis bald und ciao, Leute.